Ja Steffen, als Triathlet, wie war es heute für dich? Deutsche Meisterschaften, Halbmarathon, wie es spontan war, dass du hier an die Stadt gegangen bist, wie lief es am Ende? Ja, gib mal kurz eine Zusammenfassung. Ja, also der Plan war schon länger, dass ich laufe, weil wir mit dem Tobi Blum und dem Philipp Stief echt eine gute Mannschaft gehabt hätten. Jetzt hat der Philipp vor zwei Wochen abgesagt, das hat bei mir natürlich extrem den Druck runtergenommen. Und ich habe das dann in den letzten zwei Wochen, weil ich noch im Radtrainingslager war und so weiter, einfach nur gesagt, keinen Stress für den Marathon, einfach trainieren und mal mitmachen. Und naja, 10 Kilometer waren gut, das ist eine gute Basis. Aber nachdem ich ja wie bekannt es aufgehört habe, laufe ich gerade ein bisschen mehr, also auch mal mit dem Fokus vielleicht noch einen großen Stadtmarathon am Jahresende, aber dann halt mal mit richtig vorbereitet, dass wir nochmal die alten Bestzeiten aus Triathlonzeiten angreifen können. Und genau, du bist letztes Jahr da zurückgetreten und wie viel Zeit bleibt dir momentan so zum Trainieren? Wie viel Zeit kannst du da aufbringen? Ja, es ist schon genügend Zeit, gerade das Laufen, also klingt zwar doof, aber wenn du 30, 35 Stunden die Woche gewohnt bist und 150 Kilometer sind ja auch nur 10 Stunden Training, also jetzt übertrieben gesagt, fällt mir das, sagen wir mal, auf die Basis, was ich an Maximallaufumfängen gewohnt bin, eigentlich ganz gut und das kriege ich hin. Was man halt merkt, wenn du halt auch arbeitest, dass halt die Erholungen bis ins Löden gehen. Und die wäre auch nicht mehr der Jüngste, aber ja, jetzt soll man richtig ranklotzen und dann bin ich mal gespannt, wo es vielleicht noch hingeht. Sehr schön, und wir werden dich dann im Herbst bei einem Marathon erleben. Hast du schon eine Tendenz, wo du starten wirst? Ja, muss halt schauen, mal gucken, wie die Saison auch ist, weil ihr ein bisschen was zu tun habt, dass das Wochenende auch frei ist, aber sehr nach der Triathlonsaison, weil ich arbeite halt als Bundestrainer Sichtung jetzt im Triathlon, aber ja, Frankfurt war ein schönes Pflaster vor sechs, sieben oder acht Jahren, glaube ich. Kann ich mir ganz gut vorstellen, auch weil ich glaube, wie die deutsche Meisterschaft ist und ja, da müsst ihr auch mal richtig trainieren. Okay, dann bis dahin, dann sehen wir uns wieder im Herbst. Ja, gerne. Besten Dank. Ciao. Ciao.